Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Nach geraumer Zeit melde ich mich auch mal wieder. Nach, genauer gesagt, 5 Monaten. Ja, also ich hatte nicht so wirklich Zeit Videos zu drehen. Und hatte auch nicht so richtig Lust. Aber die Lust ist mal wieder gekommen und ich hab wieder Bock Videos zu drehen. Deshalb hab ich mir gedacht, mach ich Let's Plays von DayZ. Wir spielen DayZ, die Modifikation Origins. Und ich glaub ich seh einen Spieler. Gut, dann fangen wir direkt mal an. Also ich geh erstmal... Also ich spiele mit ein paar Leuten zusammen. Wir sind glaub ich insgesamt 6 oder 7 Mann. Und wir probieren halt gerade Sachen für ein Haus zusammen zu suchen. Damit wir uns dann ein Haus bauen können. Checken wir mal hier den Hochstand ab. Schön, dass es nicht geht. Hier. Haben wir denn hier schönes... Eine O.C. Gut. Ich werde dann mal die anderen Leute auch am lieben, weil wir sind alle zusammen TS. Ich wollte halt nur am Anfang erstmal ein bisschen stiller haben, wenn ich... mich erstmal wieder... mich erstmal wieder begrüßen kann und bla bla bla. So, ich gehend, Alter, jetzt mal ja. So, hier oben muss ich nicht mit auf, ja. Warte, ist es noch laut? Keine Ahnung, ich hab dich leise gestellt. Erstmal, aber du, man versteht dich ganz gut, trotzdem noch. Äh, da wo wir erst die Zelte, also diese verbacken Zelte da in diesem Haus gefunden haben, ne? Da ist jetzt ein Spieler. Keine Ahnung, ob das ihr seid, der hat auf jeden Fall gerade die Straße da lang. Naja, wir sind doch da nicht. Ich glaube, der Typ ist neu gespawnt. So wie er aussieht. Ich wurde gerade erschossen an der Rennstrecke, ne? Echt jetzt? Ja. Ich hab mir nach vorne geguckt, ich wusste da jetzt geguckt und dann hab ich bloß gesehen, vor mir stand ja noch. Äh, was war denn deine Position bei den Zelten? Ach, ich war übelst weit hinter der Rennstrecke. Ich war, ich musste rumlohren um die Rennstrecke, weil ich da nicht langgekommen bin. Und waren die Zelte eher hinten, äh, rechts von dir, vorne rechts oder vorne links? Äh, geradeaus von mir. Lauf, lobt die Straße weiter jetzt, also lobt die Straße Richtung Stadt, nicht, dass der Kunde jetzt auch noch kommt. Richtung zu den Häusern oder, also zu diesem Haus mit dem Zelt oder in die andere Richtung? Na, vom Haus mit dem Zelt weg. In die Richtung, wo du die Rennstrecke nicht mehr siehst. Okay, gut. Eher in den Wald oder die Straße folgen? Die Straße, also lobt ein bisschen am Wald oder dass du die Straße noch siehst. Ja, okay. Halten, ich weiß nicht, was mit dem PC los ist. Das rät ja mal scheiße. Ich, ich brinde dir jetzt einfach, ist mir egal. Äh, seid jetzt alle neu gespawnt oder was? Ja. Na, wo bist denn du überhaupt? Ja, beim Auto, ich bin drei mal wieder. Okay, warte, dann komm ich gleich mal hin. Das hab ich mal nicht mal mehr gehört, so leise es jetzt bin ich. Ich check nochmal die Dinger hier. So. So. Ich denk mal die Spieler von den Zelten hier, die sind nicht nochmal online kommen, weil ich mich schmeißt. Und das ist der, das hast du ja gehört, wir sind die Tabu-Gruppe und wir sollen mal Tabu-Grüßen, unseren Chef. Das sind wir dann mal in die Server, äh, zu den Admins schicken. So, war hier jemand oder was? Hm, jener von den Admins. Ah, war hier gerade jemand? Ja. Laber, Leute? Ja. Ah, weil ich habe mich ja gerade allgemeiniert, damit ich verbruchte, weil sie erst wie Bernd angehört, aber. Okay. Ja, ich habe mich erst allgemein, damit ich hier mal ein bisschen labern kann, in Ruhe. Was, was geht hier bei Mike ab? Und ich weiß auch noch was. Ja, also richtig schlimm. Nein, 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 ei, nein, nein. Ich weiß ja, ja. Irgendwas ist so gut da. Kannst du noch ein bisschen besser beschreiben, wo der war? Nee. Der kriegt dich eh nicht, wenn du die Straße weiterläufst. also ist er von hinten gekommen er wollte jetzt töten werde ich erschossen haben oder was was macht er jetzt er sucht euch das so wohl wird nur wirst er jetzt ist er noch so für die stadt da rein erweiter wo waren sie ist genügend von jürgen also weil also die also die straße von der von den Häusern von der Rennstrecke wegfragen das hell hier alter ok da läuft dann jetzt auch nur was ich komme zu der Stadt wo du dann noch rauskommst ich glaube ich sehe da schon eine Stadt Mike wo waren sie wo waren das Auto hier ist irgendein Haus wer schießt wie das durchgeschossen wird er das ist auch geschlossen Lohr die Verkürstung ist in den Windrädern was Gutes dran auf m ich sehe nur schnee 7 7 bis wie weit 7 weg ist ja ne WTF Alter verhalten ey ja Lake Slypec oder was gut Mike äh ja ich hab uns gefunden jetzt glaube ich mich hier in Thanos wir müssen so eine so eine Eisenplatte muss das eine feine Schmerz mit gemäß erlogen ich hab jetzt ich hab jetzt ich hab jetzt brauchen wir eins oder mehrere und wir heißen die und wir heißen die so dass wir wieder Prozent jetzt erst mal auch wie wie nur Holz sammeln Prozent aber und wer auch jeden Schritt vom Haus bauen sie so lange ich noch da bin ich sag mal was meine gut ist es und wieder weg weil du musst du es da was sagen irgendwie da kann man zwischendurch immer hallo oder so denn PC schließlich Prozent der Mauer die Kilometer nach dem was nun so ist es weg Axt ein Gerastet wird sich verarschen denn es gebrochen hat Axt ein Gerastet und die Sündung und Wurzbauer was in der Welt und bei der Anerkennung da hast du ein Reifen in der Kuh oder in von Köln Newego und ein Neudermich ist ein ganzer mentaler ja mein Buch und die Führung Prozent das durch noch markiert nicht markiert oder er kommt weiter weil es ist der Markt der Hauptkappen die Erinnerung so 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 jetzt bin ich am Flugplatz wird auch Kurs 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 das ist ein Gericht der Zollseite an der Zeitung haben nicht und was so gut nachher irgendwo wo ich tot gegangen bin ach das war ja aber noch so ich bin ja ruhig und erweckt ist nicht gut stimmt nein das ist alles schon nicht weg aber wenn es so klar war schon so wie es zehnmal das andere dass jeder nicht in da ob man ob es nicht wieder weg ach so bist du ja gestern verreckt stimmt er wurde verschossen nur ich bin so gut und kurz wurde einstellen durch Kopfschluss mehr schädigte nun bei mir hat er zu freuen er hat er was meint um die dritte die Leipzig du bist nicht mehr meinten muss was erzählen damit ein Scheiß die Karriere ja oder du wirst immer mal Kursen und am besten Rast Spiegel macht die uns jetzt habe ich den Weg verloren ich hoffe ich muss immer nur gerade aus ja nur gerade aus an der Sicht er ist ja voll leichter sein würde von ihm Dings-Ausbruch Stolz nicht gefunden bei der Waldbruch er ist ja auch nicht groß bei den Heidel sind nur gerade aus das wusste ich ja nicht das muss man erst mal wissen du bist der Unwissen das ist ein Schwäßschmied Unwissen die Schicht viel lernen 3.000 Meter macht Spaß dann ist schön durch den Wald eiern mhm, das macht Spaß und ich würde ja lachen wenn du so faulen Meter nennst ja hab bloß noch ein Macker auf okay jetzt mach ich mal ruckweg auch noch mal voll wie viel hat du mit? wie viel ähm wie viel? genug sind genug sind ich hab auch noch 10er ich hab 10 glaube ich so ey, habt ihr irgendwo was geklaut? naja, da war auch noch da war auch noch so neun haben wir dann, hau mal rein 12, 13, wir brauchen 25 chill 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 warte mal, ich hau mal die AK oh, 23 haben wir ja, siehst du, gehen wir nochmal alles voll ne, hier ist so ne Axt drin, wie viel brauchen wir? 25? 25 nur ja, ich will trotzdem mal dahin gehen so, kurzer Aktualisierungsstatus äh, wir haben jetzt äh den Zementmisch aufgebaut haben dort äh, was haben wir da gemacht? wir haben ähm 25 Feuerholz zwei Sack Zement 15 Steine, zwei Verstärkungsmaterial reingehauen und jetzt wollen wir probieren irgendwie ein Haus zu bauen und kriegen es noch nicht so richtig auf die Reihe weil wir nicht wissen, wie es geht so, was, was brauchen wir jetzt? da mach ich nicht demontieren, du nicht nicht, da steht nicht mit Neubewaffnen oder so was willst du jetzt machen, wenn es? na wie, wie, gib mir meine Toolbox hier muss das auch ne Toolbox, okay ich lege sie auf den Boden also so ich drücke dann einfach auf die Zeichnung haben wir noch eine Zeichnung Volkzörmerkungen ja, wir haben, ne, brande, stand bei dir richtig, ich habe beloved, was steht bei mir? wie gesagt ja wo er sich rechts recht sich auf den Plan gemacht aber auf der Jahr das war ich so verstehe da irgendwas mit dem Ziel erlaubt ich ich denke mal das explodiert ja alles ist nein da kommt nur Juhl in Schaumend tool to begin als in Schaumend Schaumend ich habe also ich glaube so ein Schaufel ist das oder was so klar hat man sich auf der Schaumend ich auch über den anderen zählt werden weil ich könnte ich glaube jetzt was ich denke ja nicht im Auto ja wir haben hier und sie liegt hier weiter ich bin auf dem Weg der Eichner ich denke auch wenn er schlossen haben wir alles verloren ja wobei ich glaube ich bin jetzt noch versteht auch genutzt wird hier hat schließt du kannst du nicht bauen ein paar Prozent müssen wir alles wieder raus Leute die Bäume backen rübelst um grad hier machte machte versteht immer genau hier sind zu viele Kinder und bald hier oder was dann stellen wir den hier ach so ne der muss der muss wahrscheinlich woanders hingehen einfach nur Trees are oppressed in the area jeder muss doch eine übliche Wälder sie nicht reden die Füße nicht gehen nein denn das wurde eigentlich der eine Arbeit hier hat es in so machen können ist hier ich sehe es da oder was mehr aber hier kommen jetzt alles nicht im Leben dann brauchst du hier mache mache es immer ein paar ein Glitter wollte ich auch erst haben und ich will nicht das sind die Faschen zu viele Trees wie kann es denn erkennen dass überhaupt da so ein Zementmischer jetzt ist ich peile es gerade nicht wie funktionierten die ganze Sache hier you cannot buy tear trees are obstruct in this area hey die anderen am oben walten wollte es ist nicht so gut Lena wie sieht denn das den Zementmischer bitte wofür haben wir jetzt den Zementmischer aufgebaut so passt jetzt mal kurz auf auf den ich glaube wir müssen erst diese Fläche schippen und dann Zement weil er von einem Fläche ist bisschen sinnlos oder nicht diese Fläche schippen hat er schon mal sie sind durch anzeigen als es auch oder hier an der Arztloch der Mappel so ziemlich nur warte ich guck jetzt einfach mal das zu tun was heißt sie mehr wir haben das ist eine Waffe das ist gleich wie hier Prozent wenn man so machen soll Prozent Kondalien Reitz nimmst irgendwas aus dem Ding ausgestimmt doch er hat es mit sich erweckt voll Spaß mein Gott e ich habe heute mit sich im Platz in der Muttergapel der Ereise alles weg das soll man die Stadt gehen inzwischen gemütet die Anerkunnen haben zu Ostern gemacht einfach das hingersteckt oder wo der Hintergrund der Mäden mit nach also das Haus gebaut kamen also nicht das Haus wurde dann so hier komm mal hier ja dann macht das mal hinter dem Teil Mordel da steht nirg malen stell dich mal hier hinten und dann macht das mal drückwollend mit der Karte der hat da noch hier hinten gedreht da kam der Männchen hin und hat gedreht Männchen hin was hat der das Ding angefasst oder was ja der hat das Ding richtig angefasst ist nicht so bei dir dass es keiner anfasst naja